2023, dieses Jahr, stand ganz im Zeichen des Bodenschutzes. Wir haben ja bei den Supermärkten und bei den Shoppingcentern schon einen großen Erfolg gehabt im Jahr 2023. Denn da ist ins Raumplanungsgesetz hineingekommen, dass die nicht mehr einfach auf die grüne Wiese gesetzt werden dürfen. Und dass es dafür ganz klare Vorschriften gibt, wie die gebaut werden dürfen. Das wollen wir jetzt auch für die Businessparks erreichen. Denn dort gelten die strengen Regeln nicht, aber auch generell steht das veraltete Modell der Businessparks mit hohem Bodenverbrauch auf dem Prüfstand. Und da haben wir auch Kampagnen gestartet. Wir haben im Burgenland sehr viele leerstehende Gebäude. Die Landesregierung baut aber einen Businesspark nach dem anderen, wo viel Boden versiegelt wird. Sehr viel innovativer als diese Betonmonster ist die sogenannte Agri-PV. Statt herkömmlicher Solarmodule lassen diese speziellen Paneele zusätzlich zur grünen Stromerzeugung weiterhin Landwirtschaft zu. Wir haben wirklich Druck gemacht. Wir haben Anträge eingebracht. Wir waren bei der Burgenlandenergie. Wir haben informiert auf der Messe. Wir haben Pressekonferenzen gemacht. Dass das gefruchtet hat, sieht man jetzt. Sogar die Burgenlandenergie stellt ihr geplantes Vorhaben in Güssing um, wird Agri-PV bauen. Und auch in der Zonierung des Landes wird wesentlich öfter eine Agri-PV-Anlage vorgeschrieben. Und auch in der Zonierung des Landes wird es übergeschrieben. Und auch in der Zonierung des Landes wird es übergeschrieben.